Brüder und Schwestern, nehmt euch in Acht! Die Comedy Central Osterpredigt. Amen! Mit Dirk Bach als Papst. Kennst du dich mit Ostern aus? Alter, ich bin Jude. Der Papst zeigt uns sündhafte Cartoons. Ich glaube, ich werde zum Atheisten. Betet für die WM. Nimmt Stellung zur Kirchenkrise. Ich löse die Kirche auf. Und verrät das Ende von Lost. Die Comedy Central Osterpredigt. Mit Dirk Bach am 1. April ab 20.15 Uhr auf Comedy Central. Genau, töten wir Gott!